Was kommt Ihnen zuerst in den Sinn, wenn Sie an Ostern denken? Richtig! Der Osterhase und das Eierbemalen. Damit das Gestalten der Ostereier auch optimal gelingt, kann die Ostereiermalmaschine als praktisches Hilfsmittel dienen. Das Ei wird zwischen beide Saugnöpfe geklemmt und kann somit bemalt werden. Mit den beiden äußeren Griffen lässt es sich kinderleicht drehen, bis es rundherum bemalt ist. Sind die Ostereier fertig und trocken, können sie in die praktischen Osterkörbchen aus Filz gelegt werden. Im Set ist Material für drei Körbchen enthalten. Alle Dekorationselemente sind bereits ausgeschnitten und können sofort verarbeitet und beklebt werden. Und wenn Sie und Ihre Kinder einfach nicht genug vom Osterbasteln bekommen können, dann ist der Osterhase aus Holz zum Selbstgestalten bestimmt genau das Richtige. Er kann mit Stiften bemalt oder bunt beklebt werden und ist ein echter Hingucker. Mit diesen tollen Dekorationen kann jetzt die große Eiersuche starten. Untertitelung des ZDF, 2020